Ahoi! Liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es gelesen, ein Fehler im Truma iNet Panel Gedönster. Ja, Truma iNet Plus, ne. Ach ja, genau, auf jeden Fall. Dieses komische Panel Ding, da habt ihr gesehen. In der Anzeige, genau. Darüber wollen wir berichten und zwar wann? Nach dem Intro. Ja, wir wollten die Heizung benutzen, aber Heizung ging nicht. Da gab es einen komischen Fehler. Genau. Können wir euch einblenden. E-121H. Wir hatten ja schon mal den E-133, war das eine H? Ja, ich weiß nicht so genau. Bei dem konnten wir euch auch helfen. Genau, und deshalb haben wir gedacht, jetzt haben wir den Fehler und dieser Fehler ist mal wieder nicht in der Anleitung zu lesen oder in die offenen Fehler-Codes sind da nicht. Das heißt, ihr müsst es bei Truma anrufen. Wir sagen euch einfach, was bedeutet dieser Fehler, falls ihr den mal haben solltet. Genau. Ja, ganz einfach eigentlich. Ihr habt eine für die Truma Dieselheizung. Das betrifft hier jetzt nur die Truma Dieselheizung logischerweise, denn ihr habt dafür eine Förderpumpe. Und wenn die Förderpumpe einen offenen Stromkreis hat, also sprich, der Stecker steckt nicht drauf, in Anführungsstrichen, dann habt ihr genau diesen Fehler. Das heißt, die Ansteuerung zu dieser Truma Förderpumpe, zu der Dieselpumpe ist im Prinzip unterbrochen. Wir hatten hier nur eine lose Steckerverbindung, Gott sei Dank. Ja. Das war also relativ einfach zu beheben, aber komm mal erst mal drauf. Das heißt, wir sind erst mal dahergegangen und haben erst mal geguckt, was könnte es denn sein. Und da wir diese Pumpe einmal ausgebaut hatten, weil wir ja Probleme mit unserem Auto hatten bezüglich des Tankes, sind wir dann auf die Idee gekommen, es könnte ja sein, dass da irgendwo ein Problem ist. Und ja, siehe da, der Stecker steckt nicht richtig. Genau. Das kann natürlich sein, dass es mal ein Kabelbruch oder irgendwas ist. Auf jeden Fall, es hat was mit Stromversorgung zu tun. Genau. Kommt wahrscheinlich nicht so oft vor. Ihr werdet das hoffentlich nicht haben, großartig. Aber wenn ihr den Fehler doch mal haben solltet, dann sollte er euch weiterhelfen können. Dann wisst ihr zumindest, ihr müsst gucken, das ist der Weg zur Pumpe oder sogar nur der Stecker. Also als erstes würde ich erst mal den Stecker versuchen. Genau. Einfach mal wieder versuchen, vielleicht noch mal abzumachen, noch mal ranzustecken. Manchmal hilft das schon. Ihr kennt Deutschlandstraßen, die sind so hopperlich. Das dürfte nicht passieren, aber es kann alles passieren. Genau. Vielleicht ist es auch die Pumpe, die defekt ist, die mal getauscht werden müsste dann. Das könnte der Fehler vielleicht auch sagen, das kann ich aber nicht genau sagen. Da müsste dann die Bettroman anrufen. Genau. Aber es kann halt ja auch sein, dass die Förderpumpe nicht will. Wir werden ja als Sabbelköpfe hingestellt und wir haben gerade gesehen, wir haben noch mal drei Minuten gesabelt. Haben wir gedacht, können wir euch vielleicht noch das eine oder andere zeigen? Genau. Wir haben hier mal im Prinzip ein Foto noch mal eingeblendet von der Pumpe selber. Dort seht ihr die Steckverbindung und dort ist das Problem gewesen, dass die nämlich nicht richtig drauf war. Und dann haben wir uns gedacht, wir können ja eigentlich mal unter das Fahrzeug gucken, weil wir hatten die Gelegenheit, das Fahrzeug war hochgehoben und das machen wir hier einfach mal. Ihr seht hier im Prinzip den Tank und dort ist am Tank auch die Pumpe verbaut. Bei uns ist das zumindest so. Ja, wir haben die Gelegenheit genutzt, auch mal auf Rost und so weiter zu prüfen und ehrlich gesagt, also gefunden haben wir nichts. Weil mit circa 20.000 Kilometer. Genau. Und ist ein gutes Jahr alt gewesen, der Wagen jetzt. Das heißt, wir haben keinen Unterbodenschutz, wir haben keine großartigen, ja ich sag mal, Vorsichtsmaßnahmen, für Vorsichtsmaßnahmen gesorgt. Ihr seht im Prinzip jetzt noch den Heckbereich hier hinten, da ist noch so ein Isoliersystem, da hinten, was im Prinzip von Malibu ausgebaut wurde. Und ansonsten haben wir keine Spuren gefunden, die darauf hinweisen, dass irgendwo Rost entsteht. Die Holme sind alle super in Ordnung. Die sind ja auch groß, also sie sind ja auch verzinkt sozusagen. Also von daher, an sich passiert da so schnell nichts. Und wir haben uns das Gewicht dafür gespart, deswegen haben wir auch keinen Unterbodenschutz gemacht. Genau. Wir gucken regelmäßig runter jetzt. Ja. Immer mal wieder, wenn die Möglichkeit besteht, gucken wir auf jeden Fall drunter. Leider Gottes, das habt ihr oder werdet ihr noch sehen. Jetzt kommt wieder drauf an, wann das Video kommt. Und ist unser Auto liebt die Werkstatt? Ja. Also wir sind öfters in der Werkstatt, als wir eigentlich möchten. Und dann haben wir gesagt, dieses Ärgernis mit der Werkstatt nutzen wir einfach aus und wir gucken halt immer regelmäßig einfach mal drunter. Dank unserer Werkstatt geht das auch. Richtig, genau. Ja, jetzt haben wir fünf Minuten circa gequatscht. Manchmal ist es ein kurzes Video, wir müssen ja nicht viel berichten. Wir haben euch gesagt E-121H. Genau, das war ja der wertvolle Teil dieses Videos. Der soll euch weiterhelfen können. Das ist ja gleich am Anfang. Und wie gesagt, sehr selten dieser Fall. Aber ihr wisst, dass sehr seltener die Fälle sind, desto blöder ist es, Informationen zu bekommen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen. Und wie gesagt, wenn es nicht am Steckverbindung ist, dann würden wir sagen, bitte ruft beim Truma Service an, damit die euch helfen können. Genau, ja. Oder wenn ihr in eine neue Pumpe zum Beispiel investieren wollt, dann könnt ihr das natürlich auch ausprobieren. Genau. So, das soll es gewesen sein. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss.